Mai 2024, auf der MS Nord Norge angekommen. Hier ist das Weinpaket, das aktuelle Texte lassen wir jetzt mal weg. Huch, das Bier. Hier haben wir ein schönes Angebot, was man alles trinken könnte und wie das funktioniert. Das ist das Weinpaket. Hier die Selektion der Weine, der drei verschiedenen Pakete. Nummer eins, hier das nächste Paket, die Auswahl und dann noch das dritte im Mai auf dem Postschiff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017